Mit über 1.000 Einzelpersonen, ein echter Witzel und es ist egal. Das Ziel der Bundesregierung, 5 Millionen Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2030, deutschlandspraßen und regelsvollen Leben hier. Herzlichen Dank, Herr Dr. Rüffung. Ich habe Sie seit Sommers statt als Gesprächspartner wahrgenommen, der uns als Gewerber auf die Tür offen hält. Wir haben viele gemeinsame Positionen. So ein paar Themen müssen wir das noch hinbekommen, glaube ich. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es eine Runde weiter hinbekommen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ich hoffe, es sind viele Dinge hingekommen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Danke. Vielen Dank.